So Leute, ich kriege immer wieder die Anfrage, was hältst du von den Ernährungs-Docs? Kannst du mal was dazu sagen, vor allem auf Instagram? Deswegen sage ich hier mal meine Meinung dazu, aber ich denke, die kann sich jeder denken. Die Leute schreiben mich nicht umsonst deswegen an, weil sie Sachen von den Ernährungs-Docs hören und sich denken, oh Mann, das kann doch nicht wahr sein. Und von daher wollte ich hier ein paar Worte einfach mal dazu verlieren. Ich würde mich nicht lange mit denen beschäftigen, weil ich kann es einfach nicht. Das ist, wenn ich mir anhöre, was sie verbreiten, da wirklich dreht sich bei mir der Magen um. Deswegen hier nur mal ganz kurz, wir gucken uns gleich ein paar, ich habe mir so drei Punkte angeguckt, drei Sachen eingegeben, was sie dazu sagen, Diabetes und so. Und also das ist auf jeden Fall ein Ärzte-Team, das sind die Ernährungs-Docs, das sind Mediziner und damit wäre schon alles gesagt eigentlich. Das sind offiziell Ausgebildete, die die offiziellen Sachen promoten, das was offiziell erzählt wird. Und von daher kann man sich denken, was dort so erzählt wird. Und wir gucken einfach mal rein, suchen wir einfach mal rein. Ich habe eingegeben Ernährungs-Docs, Diabetes Typ 2 und dann wird hier erklärt, wie man Diabetes Typ 2 kriegt. Und Ursache sind die Kohlenhydrate, natürlich, eine Zuckerkrankheit kommt dadurch, dass man Zucker isst, das ist eine Überzuckerung. Man isst Zucker, Zucker, also Kohlenhydrate, man isst Kohlenhydrate, also Pflanzen, Kohlenhydrate sind in Pflanzen, man isst Pflanzen und zum Beispiel zu viel Obst und so, dieses Ganze. Und dann kriegt man Diabetes, also es ist der Zucker. Und dann habe ich eingegeben hier noch Arthrose, was sie dazu sagen und die empfehlen auch gesunde Öle. Natürlich ist ganz klar, es ist mega gesund ein Öl zu sich zu nehmen. Es gibt gesunde Öle, reines, 100% reines isoliertes Fett. Also in anderen Worten, wenn man ehrlich ist, krebserregende Radikalplörre, nennt man das eigentlich, würde man das nennen. Dann habe ich eingegeben, okay, die sind ja gegen Kohlenhydrate, weil von Kohlenhydraten kriegst du Krankheiten und das heißt, die sind Low Carber oder die sind für Low Carb. Dann habe ich es eingegeben, natürlich, Ernährungs-Dogs Low Carb, alles voller Low Carb, Low Carb-Rezepte, Low Carb, Low Carb, Kochen mit weniger Kohlenhydraten, Hüftarthrose, schmerzfrei durch Sport und Low Carb, 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 alles klar. Damit wäre eigentlich alles gesagt, kann man das Video schließen, ist klar. Aber wenn man schon Menschen da hat, die wirklich hingehen und sagen, man soll vielleicht auch noch abnehmen mit Low Carb, man soll Fett essen, um Körperfett zu verlieren und Krankheiten kommen durch Kohlenhydrate, man soll Fett essen gegen Krankheiten, dann ist alles klar. Und dann habe ich hier sowas Interessantes gefunden, hier von einem der Ernährungs-Dogs höchstpersönlich, macht zu viel Obst krank. Ihr wisst ja, Low Carb sind ja gegen Obst, wenn ihr sie so fragt, werden die es natürlich leugnen, aber so, wenn man sich dann Videos anguckt über Kohlenhydrate und so, dann reden die gegen Kohlenhydrate, gegen Fruchtzucker und dann sagen die auch, ja, vielleicht weniger Obst und so und dann merkst du, okay, die sind gegen Obst. Deswegen hören wir einfach mal rein, was der hier sagt, bestimmt interessant, macht zu viel Obst krank, also wenn ein Mensch was gegen Obst sagt, dann weißt du doch Bescheid, oder? Dann weißt du ganz genau, was mit der Person los ist. Aber ich meine, Low Carb, wer schon Low Carb promotet, bei dem ist so und so alles klar. Man soll sich von Fett ernähren, hören wir einfach mal rein. Obst hat den Ruf, dass wir ohne Obst nicht leben können. Das stimmt so nicht, wir können nicht ohne Gemüse leben. Gemüse ist für uns wirklich essentiell, weil es sekundäre Pflanzenstoffe und viele Vitamine enthält. Vitamine, die im Obst zwar auch enthalten sind, aber Obst hat einen entscheidenden Nachteil, es enthält Fruchtzucker. Und diese Fruktose kann bei uns im hohen Maße Genossen zu Fettleber führen, mit den bekannten Konsequenzen für Leberversagen, Leberkrebs, Bluthochdruck und Diabetes. Und Diabetes, also hört ihr von Obst, du isst Obst, egal wie viel, es geht nie um irgendeine Menge, du isst Obst, meinetwegen zu viel Obst oder so, aber zu viel Obst, auch so ein Witz. Wo war das nochmal in einem Video, habe ich es nochmal gezeigt, da wurden Menschen gemästet mit Obst und bei denen hat sich alles verbessert. Was haben die da, 46 Portionen Obst am Tag oder so mussten die essen, auf jeden Fall. Also es gibt ein Problem mit Obst wegen dem Fruchtzucker, man kriegt davon Fettleber, Leberkrebs, Diabetes, von Obst. Okay. Und das war's. Das ist, ich denke, das muss nicht weiter kommentiert werden. Ich denke, das ist jetzt alles klar, jetzt hat sich jeder seine Meinung gebildet. Da haben wir nochmal Menschen, die gegen Obst sind. Was das für einen Schaden anrichtet bei den Menschen, wenn man gegen Obst redet. Das heißt, man geht, Menschen gehen dann in den Supermarkt, nachdem die sowas sehen und dann statt jetzt eine staude Bananen zu kaufen, kauft man Hackfleisch, Käse, Milch, Eier. Genau, man meidet Obst, fängt an Obst zu meiden. Und ich habe hier auch ganz kurz mal hier rausgesucht, ihr wisst, die Wissenschaft, ich werde ganz wichtig hier, dass mein großes Diabetes Typ 2 Video verlinken, wo ihr mal wirklich die Wahrheit seht. Ich bin nicht hingegangen, ich habe mich offiziell ausbilden lassen, mir offiziell das Hirn waschen lassen, sondern bin selber in die Wissenschaft gegangen, habe man selber nachgesucht. Und wie wir aus der Wissenschaft wissen, natürlich eine High Carb Ernährung, gibt man Diabetikern eine High Carb Ernährung, was passiert? Well, die verlieren ihr Diabetes, das passiert dann, weil das kriegt man ja von Fett, von intrazellulärem Fett, intramyocellular lipid, haben die wahrscheinlich noch nie im Leben gehört, aber ist ja nicht schlimm. Und hier, Low Fat High Carb gegen die offizielle Diabetiker, Ernährung von Diabeteswissenschaftlern und bei Menschen mit Typ 2 Diabetes. Und wer gewinnt, wer gewinnt da wohl? Die High Carb Ernährung vielleicht? Wer weiß, wer weiß. Von daher, Leute, wisst ihr Bescheid, das war schon das ganze Video, mehr will ich dazu nicht sagen. Es ist einfach Zeitverschwendung, sich damit zu beschäftigen, offiziell ausgebildete Ärzte. Der Punkt ist auch einfach, wir High Carber, wir High Carb Veganer, die sich unabhängig selbst beschäftigt haben und wissen, woher Diabetes kommt. Und wir warten alle auf unser Diabetes. Das ist auch ganz wichtig, das könnt ihr jeden High Carber fragen. Jeder High Carber wird euch das bestätigen. Deswegen, ich und alle anderen High Carber, auch hier so Durian Rider und solche Leute, die Hardcore auf Carbs sind, weißen Zucker mehrere hundert Gramm, weißen Zucker am Tag und so, seit 18 Jahren. Und sich hauptsächlich von Obst ernähren, 80, 90 Prozent Obst der Kalorien. Und die ganzen Frutarier, 100 Prozent der Kalorien aus Obst. Wir warten alle auf Diabetes. Wir warten alle darauf und wir sind sehr gespannt, ob irgendein High Carber auf diesem Planeten jemals Diabetes Typ 2 entwickeln wird. Wir warten alle ganz gespannt darauf. Man kann auch hier sehen, die Wahrscheinlichkeit für uns High Carber, Diabetes zu entwickeln. Wenn da rechts, seht ihr Diabetes Typ 2, je mehr Kohlenhydrate man isst, desto niedriger ist die Häufigkeit, das ist die Prävalenz für Diabetes Typ 2. Aber wie wir jetzt gehört haben von den Ernährungs-Dogs, sind Kohlenhydrate das Problem. Okay, und Obst auch, Obst, ganz ganz wichtig. Die ungesunde Banane und der Apfel. Wenn du eine isst, ist das okay, aber wenn du zwei, drei isst, dann nicht. Ich esse vier Bananen pro Tag seit sechs Jahren. Ich tue auch zehn Bananen in mein Smoothie. Und ich esse Datteln palettenweise. Und der Durian Rider mehrere hundert Gramm weißen Zucker. Und ernährt sich hauptsächlich von Obsten. Wir ganzen High Carber, wir warten dringlichst auf unser Diabetes. Wir warten darauf, endlich zum Arzt zu gehen und der uns sagt, sie haben Diabetes. Von den ganzen Kohlenhydraten, die wir essen, das ganze ungesunde Obst. Und wie man ja aus der Wissenschaft weiß, da habe ich euch ja gezeigt, was passiert, wenn man sich von Kohlenhydraten ernährt. Das hier passiert man, passiert. Niemals vergessen, Kohlenhydrate sind in Pflanzen. Die seht ihr da rechts stehen. Die sind in Pflanzen, deswegen Pflanzen ungesund. Okay. Von daher, das war mein Video zu den Ernährungs-Dogs. Und ich denke, jedem sollte klar sein, wenn ihr euch schon die Frage stellt, irgendwas sagst du dazu, was sagst du dazu, dann ist euch ja selber klar, was davon zu halten ist, oder? Ihr wisst es ja selber. Von daher, Leute, vielen Dank fürs Zugucken. Ihr könnt mich gerne unterstützen, indem ihr Kanalmitglied werdet. Und guckt ein weiteres Video. Peace. Peace. Peace.